Ja und zum anderen habe ich da eben auch die Caroline kennengelernt, die Gründerin des Irlandwegs und Autorin und wir sind auch gemeinsam Etappen gegangen und freue mich schon wieder, sie zu treffen und sie wird uns da ein bisschen unterstützen auch unterwegs. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.